Hallo meine lieben Freunde, Willkommen zurück zu einer Party von Wessede. Wir schönen uns nun einen ganzen Party dieser schönen Aussicht an. Mit schönen Licht, ja. So geil. Oh ja, richtig geil, die Scheiße, ja. Oh ja, ja, ja. Oh. Und nun machen wir mal einen richtigen Part. Ja, wir haben, nachdem wir uns die ganze Zeit um die Band gekümmert haben, machen wir weiter damit und versuchen nun quasi, äh, äh, nachdem wir uns um Drogen, Gesellschaft und, ähm, eine Psycho-Stockle gemacht haben, versuchen wir erstmal nicht zu sterben. Und dann eine Biker-Gang für ihren Auftritt zu arrangieren, als quasi aufpassen. Warum schon direkt hin? Ist gar nicht los. Ja, Sonne, die kommt so geil. Wir müssen aussteigen und können wir uns in diese Biker gehen. The... The... Greasy... Hopper... Chopper? Na ja. The Wheels of Steel... Wo ist Baker? Oh, Daddy. Hot and Biker. Oh, Daddy. I'm looking for Big Mitch Baker. Who's looking? Tommy Versetti. Versetti? You don't look like the law, so that's bought you a minute. You better talk fast. Ken Paul said you might be interested in pulling security for a gig he's got set up. Ken Paul? Shhh. No wonder he sent you. The last time he was here, he left through the window in nothing but his limey birthday suit. Are you interested or not? We only do favors for our own. How do I join? No. This ain't no country club boy. Can you handle a bike? Can you sit on a stool and drink? Cougar! Zeppelin! Go see how this girl handles the bike. Okay. Well, I like the bikes, that's why. Pick a freeway or an Angel and go to the start position. I don't know what I mean. I can't wait for the first time. I can't wait for the first time. But... Hmm... Angel... I can't wait for the first time. Alright fancy clothes. Let's see what you can do. Ah... A nice race. What are you doing? What are you doing? Oh, what the... Best of material. That's right. Voltage. 1,211. Right, stop, now. Excellent get er. Yang raised to leave. It's my new trip was down. Hey, is there going. TOS. However, we work his all Organization. The way we're out. Um holidays only have to make the next class happen. Just do wasting tail. Ok, turn it back. Ah... Oh nein, das habe ich vergessen. Oh, what the f***? Er tut mir der war mega gut. Wir konnten hier an diesem Checkpoint vorbeifahren, ne? Oh mein Gott, hier gibt's nirgendwo ein Neustartknopf. Ja, das zählt doch noch wie jämmerlich lang ich gebaut habe. Eine fällt so hoch. Wahrscheinlich werden die noch dritte, aber besser als das. Zwölf nicht. Da hinten sehe ich schon den Zweiten. Da war der Zweite. Wenn ich bin Zweiter. Wenn ich das noch gewinnen würde, dann sind das die schlechtesten Biker, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Weil ich auch so viele Biker gesehen habe. Aber halt die schlechtesten Biker auf der Welt. Meine Güte, die fahren ja behindert wie ein Stück. Pfff! Ahahahahaha! Oh mein Gott. Alter, wie habe ich das noch geschafft? Die müssen ja alle wie besoffene Spastis gefahren sein. Ja. Meiner Güte. Wenn die Mission nicht geschafft, dann muss er wirklich beschissen gefahren sein. Ja, wie diese Mission damals nicht gesch... Wer die Mission nicht geschafft, dann ist es... Schlechtes... Ha! Mein Gott, das fängt wieder super an, das heißt wir werden den nächsten Mission auf jeden Fall wieder aufs Maul bekommen. Anyways, then I got to thinking. This would make a good initiation for you. You get my bike back and you can tell Paul, he's got his security. But then start-dessen, wo ist dann eine schnelle Maschine, um auf das Dach zu gelangen? Okay, spring mit dem Bike von diesen Schüssen. Ja genau, ist klar, ist klar. Wir raschen mal raus hier. Bestimmt, dass dieses Bike dafür geeignet, hoffentlich. Naja, was sie sagen wollte, das ist witzig, eigentlich muss man halt Geld bezahlen, weil sie einen QD hat, aber stattdessen, dann machen wir einfach Missionen von denen, bekommen sogar Geld von denen und dann machen wir die Missionen für den... Ihr merkt schon, das ist jetzt nicht so logical. Aber auch egal, ich krieg Money dafür und habe in einem Ende sogar Security, also mache ich das gerne. Diese Tests, Aufgaben. So, mal schauen, wir holen mal ein bisschen Anschlung. Wir fahren dabei noch einen Businessman und... I have done what's best for business. That's killing you bitch. So, Vollgas. Und... Ja, das sollten wir schaffen. Ohhhh... Schnapp dir mit der Maschine und mach die erste Step. Ja, Alter, wie soll ich von hier runterkommen ohne... Erstmal direkt nochmal 20... Oh, da ist die Treppe. Wow. Meine Güte, bin ich schlapp. Erstmal die Sniper. Und zwar ein paar Dudes... Wow, still mit... Infrarot hier... Mit dem Laserpointer hier, schön. Werden die hier ausgeschaltet sind. Bevor ich überhaupt gegen sie richtig kämpfen muss. Ist ja das schön damit der Sniper. Ja, der Sprung hat mich aus dem Leben gerissen... Mama... Man hat sich bemerkt. Wow. Hätte ich jetzt ja nie gedacht. Ach so, in der Le... Ja, dann schlage ich mal vor. Einfach den Wagen nehmen und abhauen. Oh, meine Güte. Ja, wo soll ich denn bitte entkommen? Das ist wieder genau wie... bei dieser fucking Explosion. Fucking... Fuck, fuck, ey. Ah, da rüber. Yee-haw! Oh, Molotow fucked, ey. Ah! Verbrenn selbst. Das gibt's doch nicht. Oh, please. Oh, meine Güte. Genau in die falsche Richtung. Genau in die falsche Richtung. Ah, weg, 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 weg... Warte, warte, Karte... Warte, warte, verdammte... Karte... Oh doch, richtige Richtung. Aahh... So, los gehts. Die Maschinen zurückbringen sind schon stark angeschwächtig, da wir uns selbst mit Monotiv-Cocktail entzündet haben. Ich bin der schlosseste GTA-Spieler auf der Welt. Nein, die geht einfach von so einem Polizei-Bangemischen, da war es das. Wir haben es gleich geschafft, nur noch an den Polisern vorbei. Sollte es auch noch nicht es gewesen sein. Yes, easy. Nur kurz mal selbst angezündelt, aber sonst ganz einfach. Und dann schlafen sie direkt den einen und zerstören. Geht mal 4000 drauf, klatscht. Sauber. So, jetzt sollten wir die Security haben. Und dann können wir die nächste... Die nächste, ich weiß nicht. Für uns auch Rock Band. Und dann ist man Gitar Hero auf der Stage, oder was? Oui, 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 oui. Ja, ich mag die Motoren. Ah, fuck. So, so klein. Wir gehen mit uns selbst. Hey, it's Mitch. You did good, Tommy. Good to have the old girl back. You tell Kent Paul, he'll get his security for the gig. You have my word on that. Now keep yourself out of trouble. Okay, mach ich. Haben wir dann neue Bros verbündete und so weiter bekommen. Ist das nicht classy? Wir haben jetzt sehr viele Freunde. Wir werden dann da einiges filmen... Whoa... Meine Güte. Yeeha. Motorrad, geiler Schasse. Aber wie eben, wir sind mit der Autobahna, das ist ein bisschen schläge ich vor. Wir tun hier... das Motorrad rein. Ziehen hier... den Voodoo raus. Oh, der Voodoo ist voll speziell... wegen diesem... du wirst du das? Wow, fast den Wagenzeug zu leben gebracht Ich steig jetzt mal hier aus... Geht sich irgendwo so wie hier Scheiße... Speichern, Heal, Dore... Ähm, SPU, Lovedus... Ähm... Wenn wieder ein Zwischensprecher stand... Tim mitnehmen, da folgt er es... Ja, den Voodoo behalten wir mal... Aber den Angel will hier auch mal... Der Motorradner ist... Deswegen müssen wir hier... Loftestwagen raus... Und simulier beide Autos auf... Das Schlimmste... Also, eher gar nicht... Kann ich eh gar nicht, wo man macht, was wir zu schützen... Wir gehen erstmal wieder auf eine neue... Beschützreiste... Das wäre sehr vorteilhaft... Deswegen fahren wir mal kurz Waffenladen... Und gönnen uns... Noch ein bisschen... Etwas... Ah, ich hab mal diese Tasten... Verdammte Scheiße... So, jetzt... Egal... Egal... Neben Missionen... Storyline Diperatur... Ähm, als eine... Tommy! Tommy! Tommy, man! That psycho's back! What's going on? That psycho won't leave Lovefist alone! You didn't kill him, man! And now he's back! Yeah, yeah, yeah! The thing is... The thing is... We need someone to drive the limo we can trust... Cause that nutter keeps making threats! We're all breaking ourselves, man! Okay, guys! Calm down! I'll handle this! Normally I wouldn't busy myself... With driving around a bunch of drunken Scottish bisexuals... But in your case... I'll make an exception! Oh, he's aber lieb von dir, Tommy! Hehehe... Have we really not this psycho... ...gekillt? I mean, he's so... I could have made love... ...to any number of them... Then... These really old girl come in... ...all fat and hairy and ugly... At last, man! Time for a well-earned drink! Are you finished just a hundred yards down the road, then? Better make it a large one, then! Hey, Tommy! Change the tunes, man! I get all confused if my head's nae-banging! Ah, look! What's this? Hey, Tommy! Do you like this day going? Lovefist! Your time polluting the airwaves is over! I gave you the chance to be friends! Well, now I'm giving you the chance to die! If you try and slow down... ...your limousine will explode... ...along with your big, hairy arses! Tommy, pal! You've got to save the band! I'm getting bored of this! Just keep the pedal to the metal! We've got to find the bomb! Can we just drive around all day? Aye, we've got plenty to drink! The bomb may be in the engine! Hey, stock to get! We're all going to die! I'm going to get pissed! Hey, there's a view here, pal! Hey, mate! Ansel's near the drinks cabinet! Out of my way! Hey! The vodka bottle's got wires coming out here! That's no vodka! That's boonshine! T.T. is the poison, man! He's going to die! He's going to die! He's going to die! I've seen this on the telly! Fuck! Das tut mir leid, das ist ein Taxi-Warfer, weil die Mission genau da drüben ist, nicht? Tome, Tome, Tome. Das tut mir leid, das tut mir leid, das tut mir leid, das tut mir leid. Das tut mir leid, das tut mir leid. commendor Und noch ein Mal wieder! Ich sehe schon, ich werde mein Geld aus dem Fenster raffen. Ich höre diese f***ing P-A-Toy. Wenn du einmal gegen... Diese Wagen ist nicht nur scheiße zu steuern, sondern dann noch einmal, dann einmal mit so scheiß Musik und dann einmal so ein f***ing hier Einmal umgegenknallen an den Bumptors. Oh, Mann! Oh, meine Güte! Wie soll man denn in diesem Verkehr überleben?! Wenn das das Einfachste sein soll, dann werden wir auf jeden Fall nicht die TH3- Ehh... Du... GTI3-Let's-Play? Wie soll denn das... 500... H... Keine f***ing Mission! Före mich, Pao! Du musst die Band zu retten! Ich habe mich überrascht. Nur ein Pedal zu dem Metall! Wir müssen die Bombe finden! Können wir nur den ganzen Tag fahren? Ich habe viel zu trinken! Die Bombe wird nicht in der Ingenie! Du musst es nicht bekommen! Wir werden alle sterben. Ich werde mich verraten. Hey! Da ist ein Feuer hier, Pao! Hey Mann! Ansel ist nahe der Drinks-Kabinette! Ich habe mich überrascht. Hey! The vodka bottle's got wires coming out here! Das ist kein Vodka! Das ist Boom-Shine! Waaah! 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 Duhu ist Zed! The drink would kill me! I've seen this on the telly! You've got to pull out one of the wires! Waaah! Waaah! I don't know, Mann! I don't have a clue! Waaah! See, shall we? I'm gonna play bass in hell! Tommy, man! Keep driving fast, pal! Somebody do something! Aye, clever! Somebody do something for the crap he's at! I've seen braver quines! Okay, tough guy, you do something! Look, man, I play a musical instrument and I have a clue about Bob's disposal! Well, he could just suck the boom shine out with a straw! Aye, I've heard the yurt do that kind of thing! Hey, I was off my tits that night, as well, you know! Oh, come on, he was there, he was there! Just pass Willie a straw! Aye, a straw? This is a luffiest tour bus! I'm gonna get a straw for you, what do you mean? Which wire, Tommy? The green one! There isn't a green one! Oh, 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 is this the green one? Any of these wires look green to you? Oh, not this in the car, it looks green! I should've dumped you a lot when I had the chance, man! Glory seeker! Kappa list! I've been carrying you for years! Oh my goodness, why should we go around there? If you go a little bit off the gas, then... Bum bidi bum 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 Mein Geld wird rausgeschmissen! Aus dem fucking Fenster! Ich geb mir den Kugel in meinen Kopf! Ich glaub, wie lange brauchen diese Wichser, um ne scheiß Bombe zu entschärfen! Einmal irgendwo gegen ihn knallt und dann sind wir tot, denn dieser Wagen hat die Beschleunigung eines Maiskollens! Ich geh mir einen machwareen %25 Dan rei nh auf der Straße, die Straße des Hodes bumsinha Weinen хочет er und überwachen 社 ungstif rund um der Rock Das haben wir gerade dieses Spiel Leneralala Welchen Rat, welchen Rat, welchen Rat Wir gonna Equipel Der Rat, der ich bin get a behinder abbiege wurde diesem kreislauf werde ich fahr hoch column Wieso war ich so langsam? Ich hab auf einmal gar keinen JAS mehr gegeben. What the fuck? Ich muss auch noch Waffen kaufen. Das ist geil. Ich hab das Gefühl. Just keep the pedal to the metal. Ich hab die Bombe. Ich hab die Bombe. Ich habe viel zu essen. Die Bombe ist in der Ingen. Ich habe die Stoff gett. Wir werden alle sterben. Hey, da ist eine Bühne hier, pal. Hey, die Ansel ist nicht in der Drinks-Cabinette. Geh ihm weg. Also was, wenn das noch länger geht, dann hab ich einfach keinen Bock mehr. Und dann lade ich eine Spiegelstand neu. Und damit speichere ich mir einfach Geld. Damit speichere ich mir einfach Geld. Das mach ich. Wir haben noch drei Tries. Weil drei die beiden Schaars sind. Wir haben es angekommen, dann lade ich aber... Wieso schen wir das? Das ist der nächste Grad und das ist immer neu. Man, das ist doch tot oder nicht. Aprika! Äh! Du f***ing idiotens, du kommst mal! Keep drivin' fast, Bill! Somebody do something! Aye, clever! Somebody do something? Fuck how the crap is that? I've seen Braver Quines. Okay, tough guy, you do something! Look, I play a musical instrument and I call it a boob disposal. Well, he could just suck the boomshade out with a straw. Aye, I've heard that you're good at that kind of thing. Hey, I was off my tits that night as well, you know. Just pass Willie a straw. Aye, a straw? This is a loaf of his tour bus. I'm gonna get a straw for you, get by me! Which wire, Tommy? The green one. There isn't a green one! Oh, 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 is this a green one? Any of these wires look green to you? Oh, nothing, this in the car, so it looks green! I should have dumped you a lot when I had the chance, man. Glory seeker. Get up all this! I've been carrying you for years! Shut up, you muppet! Like screaming girl! Aye, shut it and pull a wire! Which wire? This one! Nooo! Man, we're okay! We ain't been blowing up! Tommy, man, nice one! Rock and roll, man! And we got a kick to go to! A racket to make! Groupies to abuse! Oh, fast! Oh, fast! Oh, fast! And he finished with our bow! Oh, fast! We're selling to... ... 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